Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch Leute. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play DTM Race Driver 2. Ich bin mal wieder in einer neuen Aufnahmesession und ja, was soll ich sagen, in den letzten Folgen habe ich ja wirklich echt nur sehr wenig geredet. Das ist mir auch vor allem dann aufgefallen in der Nachbearbeitung, ist mir das sehr negativ aufgefallen und ja, ich denke mir einfach, so kann es nicht weitergehen. Deswegen werden wir jetzt die manuelle Schaltung wieder deaktivieren und zwar hier in diesem Menü. Die Sache ist einfach, wenn ich die manuelle Schaltung aktiviere, dann muss ich mich wirklich auf den Motoren-Sound konzentrieren. Und während ich mich auf den Motoren-Sound konzentriere, kann ich halt relativ wenig selbst sprechen, weil das würde das halt natürlich... Wenn ich selbst rede, dann höre ich natürlich den Sound nicht mehr so gut, kann man sich ja denken und deswegen funktioniert das halt einfach nicht so richtig. Aber was wir mal machen können, um die Schwierigkeit trotzdem wieder ein wenig zu erhöhen, ist mal den Handling-Modus auf die Pro-Simulation einzustellen. Hier steht ja auch für Leute, die gewöhnt sind, heftig Rennen-Simulationen zu spielen. Also bin ich jetzt zwar nicht so gewöhnt, aber vielleicht kann ich mich ja mit der Zeit daran gewöhnen, wer weiß. Einfach mal so zum Testen. Lenk-Modus ist ja eigentlich... Ich weiß gar nicht, was genau damit gemeint ist. Eigentlich stellt man ja das Eingabegerät hier ein, oder? Ich weiß es nicht. Naja, je nachdem. Jedenfalls stellen wir mal hier wieder Gamepad ein. Ja, und... Noch irgendwas? Ne, das war's. Ja. Gut. Dann speichern wir das Ganze natürlich. Und wir sind jetzt schon bei 61%. So, bei der dritten Meisterschaft von der fünften Saison sind wir momentan. Der Fahrer mit den niedrigsten Platzungen am Ende der Saison scheidet aus. Schlagen sie die anderen Fahrer des Schalk-Teams. Im Coast-to-Coast-Cup. Der ist jetzt dran. Wir fahren mit dem GT90 auf zwei Strecken Road America und Laguna Seca. Weil Laguna Seca wieder Regen. Soll ungefähr 14 Minuten dauern. 19 Gegner. Alles klar. Road America mal wieder. Ich kann euch gar nicht sagen, wie toll die Jungs vom Sender die Aufnahmen vom Kampf fanden. Ich meine ernsthaft, je mehr Stunts wie der, desto besser. Gott, du hast dir die Hand gebrochen. Das ist cool. Ich meine, wie schrecklich. Aber wir müssen ein Interview machen. Sag mal, hallo. Geht's dir eigentlich noch gut, Mädchen? Der Mann hier muss ein Rennen fahren und dafür braucht er einen klaren Verstand. Er kann nicht durch brennende Reifen springen, nur damit du glücklich bist. Was redest du da? Ich sage, mach deinen Film. Aber alles hat Grenzen. Warte mal, ich dachte, du warst auf meiner Seite. Ja, das war, als ich dachte, dass wir alle auf derselben Seite wären mit dem gleichen Ziel. Sind wir doch auch. Nein, sind wir nicht. Ich will in den Masters Grand Prix. Und du willst einfach nur einen Drama. Herrlicher Tag, was? Hm. Nach wie vor ist das Verhältnis schwierig. Du weißt, um was es geht. Viel Spaß. Hol viele Punkte und mach nichts Unüberlegtes. Ähm. So, da bin ich wieder. Ich habe mal kurz noch meine Lautstärke etwas verringert. Für mich selbst. Ah ja. Besser. Ähm. Genau. So, jetzt wieder mit diesen Fahrzeugen hier. Die kennen wir ja auch schon. Aus einer der letzten Meisterschaften. Okay, ist schon etwas länger her, dass wir die gefahren sind. Oder dass wir dieses Fahrzeug hier gefahren sind, aber. Es ist mir auf jeden Fall noch bekannt. So. Wer sind jetzt die beiden da vorne? Die beiden farblich markierten Fahrer. Würde ich ja gerne mal wissen. Wollen wir kurz hier im Pause-Menü schauen. Position im Rennen. Ähm. Da haben wir Stomper und Stellan. Team Calinetic. Und Trans80MS. Okay. Das scheinen also hier unsere ärgsten Gegner zu sein. Alles klar. Dass man das aber auch immer nachschauen muss. Das wird einem ja gar nicht gesagt. Ähm. Wer jetzt genau in dem Rennen mitfährt. Aber na gut. Aber na gut. So. Bisschen lüften hier in der Kurve. Kann man machen. Drei Runden fahren wir. Oh. Die Kurve habe ich falsch eingeschätzt. Das war nicht gut. So. Wir spielen jetzt ja mit der Pro-Simulation. Mit dem Handling-Modus. Aber endlich gesagt. Ist das jetzt gar nicht mal so ein Problem für mich. Also ich merke eigentlich kaum einen Unterschied. Muss ich ja sagen. Okay. Doch. Vielleicht ein bisschen einen kleinen Unterschied. Aber eigentlich geht das vollkommen klar. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass der Unterschied größer ist. Aber das geht ja vollkommen klar. Okay. Wir sind nur auf der 11. Position momentan. Das ist natürlich noch absolut nicht ausreichend. Okay. Ja. Die beiden Gegner sind auch natürlich ganz vorne mit dabei. Wie sieht das gehört? Aber das Feld ist sehr eng beieinander. Also da sollte er sich auf jeden Fall was machen lassen. Also da habe ich jetzt gerade schon mal kurz gemerkt, wie... Oh, okay. Mein Wagen da ein bisschen ausgebrochen ist. Vermutlich bedingt durch die... Durch das Pro-Simulations-Handling. Aber wirklich ist es geht eigentlich vollkommen klar. Okay, die Kurve. Naja, habe ich diesmal etwas besser genommen. Trotzdem noch nicht perfekt. Ja, okay. Ja, ihr könnt mir ja auch mal schreiben, fahrt ihr eigentlich mit manueller Schaltung oder mit Automatik-Schaltung am liebsten? Weil die Sache ist ja auch, ich würde ja eigentlich gern mit manueller Schaltung fahren. Aber im Let's Play eignet sich das eben einfach nicht. Aber wenn ich jetzt privat fahren würde, dann... Das ist deine letzte Runde. Jetzt musst du nochmal alles geben. Dann würde ich das auch sehr gerne machen. So. Genau. Okay, die letzte Runde... ...ist schon am Laufen. Immer noch ein paar Fahrer vor uns. Aber gut, wir haben ja auch noch das zweite Rennen. Obwohl wir noch einiges hoffentlich möglicherweise reißen können. Stomper ganz vorne, okay. Also die letzten Kurven hier. Vielleicht lässt sich da noch was machen. Wir müssen die anderen Fahrer ja besiegen, stand da, ne? Als Ziel. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Hm. Gar nicht mal so leicht. Okay, aber wir sind wirklich schon gut nach vorne gekommen. Tja, März der Fünfte ist wohl... ...nicht drin. Du machst dich gut, aber gib ein wenig Gas, wenn du das hier gewinnen willst. Hm, okay. Also dann müssen wir jetzt hoffen... ...dass im zweiten Rennen... ...dass ein bisschen besser für uns läuft. Und dass am besten die beiden da vorne nicht Erster und Zweiter werden oder Zweiter und Dritter. Das wäre wahrscheinlich schlecht. Nehme ich mal ganz stark an, ja. Also jetzt brauchen wir schon einiges an Glück, um das noch reißen zu können. Tatsächlich schlagen sie die anderen Fahrer des Shark Teams. Uff. Okay, bei Regen auch. Ich nehme die Herausforderung an. Übrigens hier auch der Spoiler fährt sich hoch. Das war mir beim ersten Mal überhaupt nicht aufgefallen, als wir mit dem Wagen gefahren sind. Ist mir erst dann in der Nachbearbeitung aufgefallen. Äh, schönes Detail. In jedem Fall. So, Entschuldigung. Oh, diesmal... ...ist zumindest Stellan nicht ganz so weit vorne mit dabei. Okay, wenn wir Stellan schon mal hinter uns halten können, das wäre doch schon mal... ...ein guter Anfang. So, Stomper. Tja, ist die Frage, ob wir den noch kriegen. Hier haben wir ja sogar vier Runden Zeit. Also eventuell... ...auch mehr Zeit, um hier weiter nach vorn zu gelangen. ...also man muss sich hier schon wirklich konzentrieren. Upsa. So, okay. Aber das sieht doch echt schon... ...gar nicht schlecht aus. In der ersten Runde schon auf den vierten Platz vorgekommen. Okay. Also es könnte tatsächlich... ...noch klappen sogar. Mit unserem Sieg. Okay. Ja. Das Handling ist nicht zu unterschätzen. Vor allem bei Regen auch noch. So, die anderen Fahrer fahren hier, glaube ich, auch etwas vorsichtiger. Ja, ähm... Gibt es irgendeine Themen, über was ich reden kann? Ich bin immer noch im Urlaub momentan. Ich glaube, meine letzte Aufnahmesession war ja auch schon während meines Urlaubs. Aber allmählich neigt sich mein Urlaub leider dem Ende entgegen. Eine Woche in etwa ist noch verbleibend. So. In dieser Runde haben wir leider keinen Platz gut gemacht, doch... ...und Stomper ist auf dem zweiten Platz. Okay. Das könnte doch echt noch hinhauen. Das war die schnellste Runde des Rends. Super gefahren. Ja, und ich werde tatsächlich... ...gegen Ende meines Urlaubs nochmal verreisen. Im eigenen Heimatland aber nur. Also nicht ins Ausland. Tja. Bisher war ich ja nur zu Hause eigentlich. Während meinem Urlaub. Ist vielleicht auch ganz gut. Mal... ...etwas nach draußen zu kommen. Oder so. Ich werde es sehen. Gute Arbeit, Mann. Jetzt tue nur noch ein Wagen vor dir. Sehr schön. Wir haben auch Stomper geholt. Aber trotzdem... ...müssen wir darauf hoffen, dass Stomper eigentlich noch ein paar Plätze verliert. Weil sonst... ...oder... ...oder müssen wir eigentlich nur hinter... ...also nur einen der beiden besiegen. Eigentlich ja schon, oder? Boah, erster. Jawoll. Nein. Kommt... ...nein. Du bist in der letzten Runde. Das ist deine letzte Chance zu überholen. Ja, das kriegen wir schon hin. So. Freundchen. Bleib jetzt hinten, ja? Okay, wir haben uns auf jeden Fall die beste Position geholt. Und wir müssen wirklich nur hoffen, dass das auch ausreicht. Dass unsere Gegner... ...möglichst noch ein bisschen zurückfallen, sodass wir... ...sodass die natürlich nicht genügend Punkte für den eigenen Sieg... ...bekommen. Bei Stellern sieht es sehr gut aus, aber bei Stomper bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie viele Punkte man auf dem dritten Platz bekommt, wo er jetzt ist. Ähm, ja. Wir hoffen einfach mal das Beste. Weil mehr kann ich ja auch nicht machen, als auf dem ersten Platz fortzufahren. Von dem her... Tja, schauen wir einfach mal... ...was das Ergebnis sagt. So, in der Ziegelgraden. Wir haben es geschafft. Oh ja. Hm. Keine Zwischensequenz. Was hat das zu bedeuten, Leute? Also, Stomper auf Platz 3 gelandet. 6 Sekunden Rückstand. Stellern. 13 Sekunden. Tja, Stomper hat uns trotzdem besiegt. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Das ist echt doof. Aber es hat trotzdem gereicht. Hä? Weil wir doch nur einen von den beiden besiegen mussten. Okay. Gut. Ja. Dann hat es also doch gereicht. Ähm, okay. Okay. Tja, dann sind wir jetzt schon beim Finale von der fünften Saison. Das ist doch wirklich gut. Wie sieht es aus mit unserem Fortschritt? 64%. Okay. Ja, ähm... Lassen Sie sich nicht von Bastide die Meisterschaft streitig machen. Sie oder er. Okay, also es geht jetzt gegen Bastide. Ja, wir haben eigentlich noch kurz Zeit, ne? Die Bridge-Stone-Street-Serie ist schon wieder. Da können wir ja mal zumindest das erste Rennen machen. Oder vielleicht sogar das zweite. Wir fahren mit dem Lancer Evo 7. Mitsubishi. Immer bei Sonnenuntergang. Untergang 20 Minuten. Fünf Gegner nur. Surface Paradise. Southfield Heights. Das ist auch eine neue Strecke. Southfield Heights. Ich glaube schon, oder? Wahrscheinlich auch wieder in Chicago, nehme ich mal an. Aber mal gucken. Ich weiß es nicht. Hast mich erwischt? Ich hab nichts spioniert, ehrlich. Ich komme vorbei, um dir die Statistik zu zeigen. Du bist auf dem fünften. Knapp, was? Aber weißt du was? Unser Freund Bastide ist hinter dir her. Schmeiß den Kerl in Braus und du bist in der nächsten Saison. Damit wäre uns beiden geholfen, was? Wir sehen uns auf der Strecke. Hm. Okay. Okay. Wir sind auf dem fünften. Das zieht auf dem letzten Platz. Wir müssen einen Zahn zulegen. Das war jetzt gerade Stellan, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt die Namen durcheinander gebracht habe. Also er hilft uns immer mal wieder, obwohl wir eigentlich Konkurrenten sind. Tja. Hoffentlich versucht er nicht, unser Vertrauen am Ende auszunutzen. Okay. Ein kleines Rennen hier mit wenig Teilnehmern. Wieder mehrere Gegner sind hier auf der Strecke. Ich gucke mal kurz rein in die Liste. So, Position im Rennen. Bastide. Achso. Und 5-0? Hä, der war doch schon längst draußen. Warum ist 5-0 jetzt wieder drin? Haben wir doch schon längst besiegt? Dachte ich. Außerdem Justin Webb. Cashier State. Jason Young. Okay. Gut. Naja. Vielleicht hat er sich irgendwie wieder reingemogelt, oder... Was weißt du nicht? So. Okay. Unser wunderbarer... Lancer Evolution hat schon ein bisschen was abbekommen. Schon direkt zu Beginn ein wenig zerbeult hinten. Aber das sollte unseren Erfolg in diesem Rennen trotzdem nicht beeinträchtigen. Zwei Runden fahren wir hier. So. Und ich merke schon wirklich, dass es alt einfach angenehmer ist, wenn ich mich nicht aufs Schalten konzentrieren muss. Beziehungsweise auf den Sound des Motors. Ganz halt hinhören muss. Ist einfach wirklich fürs Let's Play, äh... Finde ich zumindest. Nicht so geeignet. Also es mag vielleicht Let's Player geben, die das trotzdem irgendwie hinkriegen. Während dem Reden halt sich aufs Schalten zu konzentrieren. Beziehungsweise auf den Motoren-Sound. Das ist deine letzte Runde. Jetzt musst du nochmal alles geben. Aber ich wüsste nicht, wie man das wirklich gut machen soll. Tja. Deswegen werden wir das wohl jetzt und in Zukunft dann bleiben lassen. Aber es gibt ja noch andere Optionen, mit denen man sich das Spiel etwas schwieriger machen kann, wenn man es dann zu leicht findet. Also, ja. Das sollte nicht das Problem sein. Oh. Da gab es anscheinend einen Unfall oder so. So, und wir sind immer noch nur auf dem vierten Platz. Okay, aber die Kurve... ... haben wir, glaube ich, ein klein wenig besser genommen als unsere Vordermänner. So, der Typ hier direkt vor uns. Müsste eigentlich aus unserem Team sein. So, ich kürze ein bisschen ab manchmal. Zwei Wagen, trennen Sie von der Spitze. Okay. Das war nicht ganz so schlau. Okay. Bastid direkt vor uns. Wäre natürlich mega cool, wenn wir jetzt noch kurz vor Ende des Rennens ihn irgendwie kriegen könnten. Wenn auch, wenn wir ein wenig, äh, mogeln, äh, müssen. Äh. Okay. Ja. Das mache ich jetzt mal eben so. Eben mal so. Den Wagen vor mir noch überholen. Auf der Zielgeraden. Ne. Ähm. Zumindest zweiter geworden. Und die beiden, der fünfte und sechste, haben wirklich... Die haben etwas länger gebraucht. Zwölf und dreizehn Sekunden jeweils. Wir vier nur maximal drei Sekunden. Also, wir drei. Hinter dem ersten meine ich. Hinter Five-O. Team Mamba. Bastid ist vom Gen-Pack Pro Auto Team. Okay. Wiederholung speichern können wir ja gar nicht mehr, weil ja schon alles voll ist. Das bedeutet, wir lassen es sein. Okay. Man könnte natürlich auch eine Wiederholung wieder löschen. Aber das macht ja nun keinen Sinn. Hätte ich sie ja auch gar nicht erst abspeichern müssen. So. Und ich würde sagen, mit den nächsten beiden Rennen geht es in der nächsten Folge weiter. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. In dieser Meisterschaft Bridge Stone Street Series. Und in der nächsten Folge geht es dann gleich weiter mit der wahrscheinlich neuen Strecke. Zumindest kann ich mich gerade nicht erinnern, auf der bei den Southfield Heights schon mal gefahren zu sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Also dann, bis zur nächsten Folge von DTM Rise Over 2. Bis dahin und ciao. Bis dahin und ciao.